Pflege geht uns alle an, früher oder später. Deswegen war heute die Demonstration für eine Verbesserung der Pflege unglaublich wichtig. Ich bin dankbar, dass so viele Pflegekräfte gekommen sind, sich lautstark vor der Staatskanzlei geäußert haben. Es geht darum, erstens die Bedingungen der Pflege zu verbessern, zweitens den Pflegenotstand am Personal zu beheben und drittens geht es um die Qualität der Ausbildung der Pflege. Die muss professionalisiert werden. Wir brauchen eine generalistische Ausbildung und vor allen Dingen, wir brauchen eine Pflege auf Augenhöhe. Wir brauchen deshalb eine Pflegekammer in Bayern. Das ist unser politisches Ziel. Dafür setzen sich die Freien Wähler ein. Das machen wir.